Moin Leute, da sind wir wieder. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert, wenn ich hier den Lexikonhalter aktiviere. Und uns fehlt auch noch von das Wissen der Alten die Schriftrolle. Die müssen wir ja auch noch in unserem Besitz bringen, aber ich hoffe, die taucht jetzt auf, wenn wir hier jetzt irgendwas mit dem Lexikon machen. Dann wollen wir mal. So, dann aktiviere ich das Ding nochmal. Ne, Quatsch, das kann es nicht gewesen sein. Okay, den Lexikonwürfel dazulegen. Ja, nun haben wir hier lustige Schalter. Was passiert bei dem? Hm, da passiert jetzt nicht so viel. Was passiert bei dem? Ah, ja gut, okay. Bei dem passiert auch nichts, bei dem passiert nichts. Gut, dann ist das vielleicht irgendwie der und dann der. Und dann irgendwie... Also im Moment bin ich etwas überfragt, wie dieses Rätsel hier funktioniert. Gut, also der öffnet schon mal das Lexikon. Und der schließt es wieder. Hm. Gut, der macht es auf. Ach, jetzt ist der hier aufgegangen. Gut. Dann nehmen wir mal den. Dann nehmen wir mal den. Wir müssen ja den, den letzten hier irgendwie aufkriegen. Gut, das kann es nicht gewesen sein. Dann den nochmal. Den. Ah, jetzt ist er offen. Alles klar. Gut, jetzt den. Jetzt ist gar keiner mehr offen. Aber irgendwas passiert hier mit dem. Ah, wir können da jetzt rangehen anscheinend, so wie es aussieht. Wie gesagt, das ist alles hier nur Try and Error. Ich habe echt gar keine Ahnung. Ah, die Schriftrolle der Alten. Das ist natürlich klasse. Gut. Das Wissen der Alten haben wir jetzt abgeschlossen. Alduins Fluch ist unser nächstes. Das können wir auch wieder an uns nehmen. Die Rune. Ne, das war jetzt falsch. Was müssen wir denn jetzt noch machen an Quests? Entschlüsselung des Übernatürlichen. Gibt Septimus das Lexikon? Ah, ja gut, okay. Jetzt müssen wir zu dem zurück. Und er liest die Schriftrolle der Alten an der Zeitenwunde. An der Zeitenwunde, das war glaube ich bei Septimus Signus, wenn mich nicht alles täuscht. Ich möchte mir die Rolle nur nochmal angucken. Wenn ich sie denn finde. Aber viel interessanter ist, wie kommen wir hier wieder raus? Runenverziertes Lexikon. Das sieht jetzt auch richtig schön aus. Die Anpassungssphäre. Ich weiß gar nicht, was damit ist. Naja, werden wir rauskriegen. Werden wir rauskriegen? Ist das wirklich Unterschriftrollen? Ne. Ach, ich weiß nicht, wo die ist. Wie auch immer, wir müssen ja jetzt hier irgendwie wieder raus. So, da sollen wir hin. Gut, okay, das müsste ja dann der Eingang sein, wo wir reingekommen. Äh, äh, oh, oh. Okay, das war jetzt ganz abgekürzt. Das war so eigentlich nicht geplant, aber hat zum Glück funktioniert. Haben keinen Fallschaden bekommen. Äh, äh, ja. Jetzt muss ich mal auf die Karte gucken. Wo sollen wir denn hin? Ja, wir sind nicht mal annähernd da, wo wir hin sollen. Also, wieder zurück. Ring, ring, ring. Da war ich dann anscheinend etwas zu voreilig. Also, wieder raufgeflitzt hier. Und dann müsste das ja hier irgendwo, sollte ja der Ausgang sein. Oder sehe ich... Ach, da. Gut, nehmen wir diesen ganz großen Ausgang. Ist ja gar nicht so schlimm. Tür öffnen. Dann wollen wir mal. Warten wir hier noch. Äh, irgendwelche Goldköpfe. Hier geht's nach Himmelsrand. Ja, schön. Schade, dass wir vorher nicht ausladen konnten. Man hätte hier so viel plündern können. Aber auch wirklich Unmengen an Sachen. Schön, dass wir wieder in Himmelsrand sind. Schlecht, dass mein Kaffee alle ist. Naja, man kann nicht alles haben. So. Warum geht die Tür nicht auf? Hallo? Tür? Weil ich vielleicht diesen Hebel benutzen sollte. Jawoll. Ah, jetzt. Ja, gut, okay. Jetzt können wir dann auch mit dem Fahrstuhl höchstwahrscheinlich unten da die Ebene noch plündern, wenn wir denn wollten. Äh, gut. Wir machen uns jetzt aber erstmal zurück auf die Socken. Und zwar nach... Ach, Mensch. Ich setze immer aus Versehen den Wegmarker. Obwohl ich das gar nicht möchte. Wir reisen erstmal zurück nach Weißlauf. Laden erstmal den ganzen Klumpatsch aus. Und dann machen wir uns einmal auf den Weg in die Magierakademie. Und dann zu Septimus Signus. Da müssen wir ja dann auch gleich noch vorbei. Und dann haben wir auch zwei Quests schon wieder geschafft. Wir ballern aber nur alles hier oben. Einfach zack, in die Truhe. Fertig. So, Waffen. Waffen, 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 Waffen. Raus, raus, muss. Ja, man weiß immer nicht, wann dann ihr Ende ist im Gelände und wann nicht. Nein, raus. Brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Die Kosten, äh, die Kosten sag ich ja schon. Die wiegen ja dann doch immer. Ja, das habe ich doppelt. Brauche ich auch erstmal nicht. Schild raus, Schild raus. Ja, die Fragmente, die müssen wir ja noch ein bisschen mitnehmen. Da draus, da draus. Ring der Stärke. Stargärte Fertigkeit, leichte Rüstung. Nein, raus. Das ist Bekleidung. Zaubertränke, ja. Äh, Gift raus. Ich muss hier wirklich erstmal alles so weit rausschmeißen, denn ich trage viel zu viel dieser ganzen Sachen mit mir rum. Das bringt uns nicht nach vorne. Starkes Gift. Das wird jetzt erstmal überall, wo nicht Heilung oder Gesundheit dran steht oder Magiker. Also Gesundheit oder Ausdauer meine ich natürlich. Das fliegt jetzt erstmal alles raus, um einfach wieder ein bisschen Platz zu haben. Regeneration. Hm, die benutze ich eigentlich auch nie. Heilung, Magiker, Vitalität. Ja, raus. Weg. Gesundheit verstärken benutze ich auch nie. Äh, ja, nutze ich auch nicht. So, raus. Ähm, Zutaten. Sowieso grundsätzlich erstmal alle raus. Ich glaube, die Höhle, die werde ich mir dann, also den kompletten Dungeon, den werde ich mir nochmal bei Gelegenheit dann angucken. Aber für das Let's Play, wie gesagt, ist das nicht von Vorteil, wenn man sich zu lange da auffällt. Ja, solange die nichts wiegen, kann ich die auch... Ach, da ist übrigens die Schriftrolle der alten. Ähm, ja. Notiz, bla bla bla. Gut. Sonstiges. Amethisten haben wir eine ganze Menge. Da weiß ich noch nicht. Ich glaube, ja, das ist ein Quest-Objekt. Wir können es einfach nicht loswerden. Die Seelensteine raus. Seelensteine raus. Granatstein. Seelenstein. 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 Das Lexikon kann man natürlich auch nicht ablegen. Die Steine. Kann ich die ablegen? Ich kann sie ablegen. Naja, ich kann sie doch nicht ablegen. Mist. So. Die fliegen auch noch raus. Gut, hätten wir das erstmal. Wir müssen Lydia aber auch noch ausladen. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ja. Äh, du nimmst... Äh, du gibst mir mal... Das gibst du mir... Die benutzt du ja auch nicht, die Halskette. Du benutzt ja nur irgendwelchen anderen Klumpatsch. Oh, die Halskette der Verjüngung benutzt sie doch. Schön. Ach, wir haben da so viel Geld gemacht. Geht ihr voran. Das passt schon. So. Den raus. Das raus. Das raus. Stab, Stab. Hammer. Was haben wir denn hier noch bei Bekleidung? Robe raus. Die Kette raus. Die Armschienen raus. Die Halskette. Die Ringe. Die Rüstung. Ich bin bei 188. Das passt. Gut. Ich wollte aber eigentlich noch mal probieren, was passiert denn, wenn ich die... Schriftrolle der Alten jetzt hier lese. Vor allen Dingen, wo hatte ich die gefunden? Bei Zaubertränke? Nee, Quatsch. Sonstiges. Nee, auch nicht. Bücher? Muss ja bei Bücher sein. Da, Schriftrolle der Alten. Lesen. Äh, ja. Boah. Gut, nicht so viel passiert, aber ist auch wurscht. Wir müssen jetzt erst mal mit unseren Quests... Quests... Septimus das Lexikon geben und... Lies die Schriftrolle. Ach so, nee, Quatsch. Da müssen wir gar nicht... Wir müssen gar nicht... Hallo, hier, M, Karte. Wir müssen gar nicht zur Magier-Akademie zurück. Die wäre da. Also Akademie von Winterfeste. Sondern wir müssen gleich zu Septimus. Gut, dann machen wir uns mal auf die Socken zu Septimus. Dem Guten. Also ich finde hier, dass diese Nordlandschaft, die sieht wirklich sehr schön aus. Ja, Autorgehü, auf in seinen Außenposten. Hm, nee, das ist nischt. Hier muss man ja mal aufpassen, dass man nicht sofort erst mal stumpf nach unten durchfällt. So, was haben wir denn hier noch? Aldo-Varien haben wir nichts irgendwie. Seelensteine. Die Bücher, da ist aber auch keins irgendwie so richtig dolle wertvoll. Also so irgendwie... 30 ist, glaube ich, das... Höchste. Ja. Wir könnten ihn jetzt ansprechen. Aber ich möchte jetzt erst mal speichern. Und dann nochmal schnell speichern. Ich werde eure verlorenen Geheimnisse lüften. Und nicht... Ja, das wirst du machen, Leute. Aber ich sehe es hier an der Uhr. Die Folge ist schon wieder zu Ende. Von daher beende ich die ganz einfach jetzt mal. Und in der nächsten Folge geht es dann schnellen Schrittes irgendwie weiter. Also wir werden dann natürlich hier ihn ansprechen und dann auch die Schriftrolle lesen. Aber wie gesagt, ich wollte das jetzt nicht mehr zum Ende der Folge hin machen. Wie auch immer. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Macht's erst mal gut. Und hier ist es eben joint.